Hallo Vohlen, wir sind zurück und Borussia Mönchengladbach hat mit einem beeindruckenden Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals Aufmerksamkeit erregt. Das Endergebnis war ein deutlicher Spielstand von 7 zu 0 gegen Tusbersenbrück und ein Spieler stach besonders hervor, Thomas Quankara, der Neuzugang im Team. Seohane sprach nach dem Spiel über den Spieler und überraschte die Fans. Wenn Sie neu auf dem Kanal sind, aktivieren Sie die Benachrichtigungen und bleiben Sie immer auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten, Verpflichtungen und Hintergrundgeschichten von Gladbach. Quankara, 23 Jahre alt, erwies sich als echter Glücksgriff für den Verein, in dem er nicht nur ein, sondern gleich zwei Tore in kurzer Zeit erzielte. Die Tore fielen in der 32. und 34. Minute des Spiels und waren ein Beweis für das außergewöhnliche Talent und die Vielseitigkeit von Quankara auf dem Spielfeld. Seine physische Präsenz und Geschwindigkeit beeindruckten nicht nur die Zuschauer, sondern auch den Trainer Gerardo Seohane. Seohane, der erst in dieser Saison das Amt des Trainers von Borussia Mönchengladbach übernommen hatte, konnte seine Begeisterung kaum verbergen. Thomas bringt eine erfrischende Mischung aus körperlicher Stärke und Spielintelligenz mit. Das ist eine Kombination, die man selten findet und die unser Spiel auf ein neues Niveau hebt, sagte Seohane in einem exklusiven Interview nach dem Spiel. Aber trotz der beiden Tore und der Lobeshymnen von Seohane zeigte Quankara eine bescheidene Bescheidenheit. Der Tschecher erklärte, dass er mit seiner Leistung noch nicht völlig zufrieden sei. Er enthüllte, dass er noch mehr Chancen gehabt hätte, diese aber nicht nutzen konnte. Ein Beweis für den ehrgeizigen Charakter des jungen Spielers, der ständig bestrebt ist, sich zu verbessern. Liebe Fußballbegeisterte, diese beeindruckende Leistung von Thomas Quankara ist erst der Anfang einer vielversprechenden Reise mit Borussia Mönchengladbach. Verpassen Sie keine weiteren Momente und aufregenden Ereignisse, indem Sie sich auf unserem Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren. Bleiben Sie dran, um hautnah mitzuerleben, wie Quankara und sein Team weitere Erfolge feiern. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.